Anton hat den Kontext mit auf die Beine zu stellen, hat gesagt, ich helfe mit deiner Freizeit. Anton ist jetzt 15 Jahre hier oben, fährt noch nicht lange Füster, aber schnell das Länger Skateboard. Auch für dich 15 Jahre Zeit, wenn du die Musik losgehst! Kester! Sehr gute Songs! Strait auf der Baden! Du bleibst! Fingerpiss versuch'n! Kommt schon, Leute! Das ist auch so toll! Das ist so easy! Das ist so easy! Ah, Alter, der EF-TN hat fast noch fast eine Minute Zeit! Yeah, los Leute! Und auch noch die Riff! Riffel, wow! 30 Sekunden, Alter! 30 Sekunden, Alter! Auch ein schönes Kuchen, oder? Zu Flaky! Nichts! Du hast so eine Minute Zeit, Alter! Schaut dein letzter Trick, Alter! Für Last 2! Wollt ihr noch einen guten Outdoor, Leute? Darmil fri, mein Herz! Yeah! Anton steht auf, aus welcher Lape. Das kommt sich an und noch nicht. Vielen Dank.